Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Ultimate Admiral Dreadnought. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, letzte Folge haben wir den Konflikt mit der Dreadnought gehabt. Da waren übrigens zwei dabei. Verstärken sie ihre Flotte mit den richtigen Schiffen. Vollendet. Jetzt haben wir besiegt den Halb-Dreadnought oder Half-Dreadnought. Versenke ein schweres Kriegsschiff und ihre Begleitschiffe. Das haben wir da auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was da der Unterschied ist. Da waren es ein Battleship und Battleship und CR. Das war mehr. Da ist es weniger. Also von daher gesehen, du baust ein Battleship und Happy Cruiser. Waffen- und Feuerleitsysteme. Das ist eine Variante. Optimieren sie ihre Manövrierfähigkeit. Mehr Eins und mehr Finanzmittel. Wir haben 231. Was gibt das hier? 12 Millilie dazu. Na gut, 12 Millilie ist jetzt nicht so viel. Das ist Rumpfverstärkung. Die Motoren kriegen wir eine neue Technologie. Spezialmaschinen, Sprengstoff. Das ist Motoren und Kessel. Und wir haben hier eben Waffentechnik. Kleine Waffen, große Waffen, Leitstelle, Mechanismen für Geschütztürme und Sprengstoffe. Ich würde sagen, wir gehen in Waffen- und Feuerleittechnologie. Also soll ein Battleship und einen Cruiser bauen. Ja, also 1-1. Battleship des Typs 3, würde ich sagen. Das kostet uns schon mal 37 Millilie out of the box. Wir gehen hier auf 17, gehen hoch, ein bisschen größer machen hier. Das ist auch das Maximum. Die Geschwindigkeit würde ich auf 20 Knoten gehen. Und dann hätte ich gerne hier die Veteranen. Jetzt sehen wir schon bei 60 Millilie. Und wir haben noch 7.000 Tonnen übrig. Wir haben nur Kohle. Wir haben Indiziert. Wir haben Dampf. Wir haben zusätzlich, gucken wir mal, das sieht gut aus. Das halb ausgeglichen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist relativ gut. Mit dem komme ich sehr gut zurecht. Und wir haben Hydraulisch. Gut, dann wollen wir mal gucken. An die Torpedo. Wir haben hier Grupp 3. Was kostet der? Oh, also der Preis geht hoch, ne? Also das Ding, gucken wir mal, was unser Cruiser kostet. Weil wir haben maximal 231.000 Taken. Leck, oh mio. Also das ist jetzt erstmal, ich konfiguriere mir ein Antiflut. Leck mich. Was das kostet hier? Was das kostet? Nur noch 7? Also rein theoretisch haben wir nicht mehr so viel übrig, ne? So, dann lasst uns gucken. Ein Hauptturm. Dann haben wir den hier. Dann haben wir einen Nebenturm. So, wir haben die Steigung, das heißt, wir müssen gucken, dass wir dann später ein bisschen, da werden wir gleich sehen, wie wir das machen. Achso, Schornsteine brauche ich. Big Fun. Also ich kriege hier nur einen hingesetzt, egal wie ich es drehen wende, das heißt, da, 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 gut, drei Stück. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das will. Leck mich am Hommes. So, lass uns mal kurz gucken. Das ist das hier. Ne, 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 gut. Dann haben, Barbetten haben wir nicht, Seitengeschütze. So, jetzt müssen wir jetzt gucken, gucken. Kasse Matten. Die kannst du hier setzen. Da kriege ich sonst keine rein, ne? So, 6 Zoll. Guck mal, 2 Zoll. Die kriegst du da überall hin, okay. Da gibt es deine alten. Gucken wir mal. 4 Schuss pro Minute. 6 Schuss pro Minute. 11 Schuss pro Minute. 7 Kilometer. Ich würde jetzt bitte in die hier gehen. Ja, so, das wäre das hier. Torpedo. Unter Wasser Torpedos, nennen wir mit. Das ist, das ist, das ist gar nicht. Das Rollen ist gut, aber die Steigung ist schlecht. So, wir haben Hauptgeschütze. Sekundärgeschütze nutzen uns gar nichts. Zentralkanone. Gucken wir mal. 14. Wo kommt die eigentlich hin? Die kommt hier vorne drauf. Okay, die ist viel zu groß. Da passt, das ist viel zu groß. So, pass auf. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf 11 Zoll. 1,6, 1,4 Reichweite, 18 Kilometer, 16 Kilometer, 15 Kilometer, 13 Kilometer. Feuerrate 2,3 Schuss. Wir nehmen die hier, dann nehmen wir doppelläufige. Ich muss ein bisschen weiter nach hinten, würde ich sagen. So, würde ich sagen. So, Sekundärgeschütze, ich habe keine Ahnung, wo kommen die denn hin? Ah, die kommen auch hier hin. Okay. Okay. Sonst kann ich nichts mehr setzen, ja? Das wäre es jetzt. Warte mal. Also, Babette, die kann ich jetzt noch ein bisschen ausbauen. Das ist gut. Kampf ist beim Ding. Türme. Das wäre natürlich hier cool, ja? Fortgeschrittene. Hauptgeschütze, Geschütze, Kassematten, Gewicht. Gewicht ist nicht mein Problem. Hydro-Türme. Rumpfgewicht, Motorgewicht, das ist sauber. Wir sind immer noch im Rahmen, ja? Drehgeschwindigkeit ist sehr gut. Dann haben wir hier Treibmittel. Das ist das hier. Dann haben wir Biktinsäure 3. Das ist schon fast zu teuer, ja? Maximale HE. Ich möchte gerne... Das ist halt die Frage. Soll er mehr explodieren oder soll er penetrieren? Wir wissen, wir haben mit dem Schlachtenkreuz zu tun. Das heißt, ähm... Wir nehmen Vergrößerte. Wir nehmen die Vergrößerten. Das ist mehr das so. Sonst bleibt alles, wie es ist. Standard, Halb. Was ist das hier? Minus 90 Prozent minimaler Abprallwinkel. Das wäre es jetzt. Was ist das hier? Zentrale Entfernungsmesser. Wir probieren es mal. Wir probieren das mal. So, jetzt willst du eins gucken. Wir senken den Tiefgang. Wir senken nach... Nee, guck mal hier. Das ist okay. Guck mal. Das ist okay. Das ist sehr gut. Tiefgang haben wir gesenkt. Wir können ein bisschen in die Breite gehen. Ist das? Das ist doch gut, oder? Ohne Blödsinn. Als Laie habe ich keine Ahnung, aber... Könnte ich mir vorstellen, das ist gut. So, das ist unser erstes Schiff. Unser zweites Design ist der Armourgrußer. Und wir haben noch 100.000 Tacken. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal wieder Wasser verdrängen. Gehen wir mal hier groß auf. 15, 16. Gehen wir 16? Nee, 15. Okay, 15. Das ist das hier. So, wir haben hier die Kadetten. So, diesen Veteranen. Dann haben wir das. Haben wir. Den haben wir. Wir haben den hier. Wir haben den hier. Wir haben die hydraulische Lenkung. Wir gehen hier wieder genau das gleiche Programm. Und dann gucken wir mal in die Richtung, wie wir uns bewegen. Das hier. Antiflut. Z2O3. Vom Gewicht her, vom Preis her, sind wir aktuell gut. Wie gesagt, 100.000 ist unsere kritische Summe. Wir wollen ja praktisch von jedem was haben. Das haben wir gesetzt. Sehr schön. Dann wollen wir einen Hauptturm setzen. Ich gehe natürlich weiter nach hinten. Den Nebenturm. So, das ist das. Wie gesagt, um die Steigung kümmern wir uns dann gleich. Ein Schornstein. Guck mal. Wir haben jetzt 0% Motorleistung. Ich würde sagen, der macht 10. Der macht 7. Pass auf. Ach so, Geschwindigkeit. Äh. 21. Geht 21. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal 22. Ja, 22 ist gut. Und dann kriegst du noch mal einen. Den setzen wir da hin. Und der 3. Die Frage ist jetzt 20. Das ist jetzt auch 20, ne? 12. So, machen wir den mal weg. Wir nehmen den hier. So, 124 mit Motorleistung. 124% Motorleistung. Ja, weiß ich nicht, ob das gut ist. Werden wir mal sehen. So, Bad Bender haben wir gesagt, nix. Wir haben Hauptgeschütze. Das gucken wir mal. Erst mal Torpedo. Das sind die hier. Dann haben wir die, die, die. Und die hinten. Sehr schön. Die Kasematten. Dann gehen wir mal die 5er überall hin. Das sieht gut aus. Die 5er haben wir gemacht. Sekundär Hauptgeschütze. So. Seitengeschütze kann ich hier nicht anbringen. Seitengeschütze kann ich hier nicht anbringen. Auch wenn ich sie klein mache. Doch, die kann ich, ach die, da kann ich sie anbringen hier. Da ist es aber zu groß, ne? Ja, der macht hinten, da macht er gar nichts. Also das hat da so keinen Wert. Das hat so keinen Wert. Das wären aber die Sekundärgeschütze, würde ich fast sagen, auf 3 Zoll. Doppelläufig. Nee, die gehen da nicht hin. Okay, gut. Dann machen wir mal Hauptgeschütze. Vom Gewicht her sollte das passen. Sag mal her. Feuerrate. Was hatten wir denn? 9 Zoll hatten wir, glaube ich, ne? Auf der anderen Seite. Waren das hier die 9 Zoll? Da muss ich kurz mal gucken. Das müssten die... Sag mal her. Hauptgeschütze. 9 Zoll, jawohl. Das sind die 9 Zoll. Dann gehen wir hier auf die 9 Zoll. Zentrale Kanone, 9 Zoll. Doppelläufig. Und dann packe ich dich da mal, einmal da hin. So sieht's aus. Gut, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt wäre die Frage, kann ich hier ein 2 Zoll doppelläufig hier hinsetzen? Nee, kann ich nicht. Da hinten jetzt gehen. Aber einen einläufigen kriege ich da hin, ja? 2 Zoll. Wie sieht's mit 3 Zoll aus? Mh, das sieht gut aus. 4 Zoll bezweifle ich jetzt. Nee, geht auch noch 4 Zoll. 4 Zoll geht auch noch. Warte mal, krieg ich da also... Ich guck jetzt einfach mal. Krieg ich da... Nee, das geht... Doppelläufig geht nicht. Da geht doppelläufig. Hm, da geht kein doppelläufig. Da geht doppelläufig. Hm. Ich glaub, wir haben's. Genauso hab ich mir das vorgestellt. 3 Zoll. Doppelläufig geht nicht, aber... Ein... Nee, geht auch nicht. Okay, weil der hier im Weg ist. Okay, nee, dann lassen wir das so. 98.000, 13 Tonnen. Jetzt gucken wir mal, dass wir mal die Steigung wegkriegen. Indem wir den Tiefgang reduzieren. Und ich muss die Breite hochsetzen. Okay, pfuui. Pfu, 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 pfu. Besser geht's nicht. Die ist jetzt nicht... Der ist jetzt nicht ganz so schick, muss ich sagen. Also der hätte jetzt ein bisschen mehr Tiefgang gebraucht. Hm. Hm. Ja, aber ich würd sagen, das sieht relativ gut aus, ja. Im Vergleich zu... Der ist... Der ist natürlich top hier. Der ist wirklich top, find ich. Also, meines Erachtens. Hm. Ich könnte jetzt noch ein... Warte mal, ich kann jetzt noch ein Schorn schon oben draufsetzen, weil wir haben noch Gewicht und wir haben noch Geld. Ja. Einige Waffen haben keinen. 9 Zoll. Nee, die ist zu groß. Wieso ist die jetzt zu groß? Wieso ist die jetzt zu groß? Erklär mir das mal bitte. Das hab ich da wieder nix hingesetzt. Da funktioniert's jetzt aber immer. 9 Zoll. Nee, 9 Zoll geht nicht. Krasses Pferd. 8 Zoll. Dann hab ich hier ne 8 Zoll. Okay. Einige Waffen haben einen schlechten Schusssektor. Ja, keine Ahnung welche. Und ich würde jetzt definitiv trotzdem noch einen Schuhstand reinsetzen. Aber... Wir lassen's so. Ich würd sagen, wir lassen's so. Dann einmal zum Start. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich mal wirklich gespannt. Aber wir retten uns als erstes. Also wir haben zwei schwere Kreuzer. Was? Was soll das jetzt? Wo ist mein Schlachtschiff? Ich soll einen schweren Kreuzer bauen und ein Schlachtschiff? Und jetzt hab ich praktisch zwei schwere Kreuzer und die leichten hab ich gar nicht gebaut. Die leichten hab ich nicht gebaut. Wir gehen in den Kampf rein. Wir sagen Schlacht retten. Wir speichern das Ganze. So, jetzt haben wir praktisch... Jetzt lassen wir mal einschießen, das Ganze. So, jetzt lassen wir mal einschießen. Wir gehen ein bisschen von der Geschwindigkeit da unten. Wir müssen über einer Seite sein. Da wollen wir uns einschießen. Wir gehen mal hier rüber. Dann müsste der sein hier. Hier irgendwo. Da ist er. Das hat sich erledigt. So, jetzt machen wir den hier. Jetzt geben wir ein bisschen wieder Gas. Hier ein bisschen beschleunigen. Wir nebeln ein. Ui! Ohohoho, der hat schon was auf den Deckel bekommen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir ein kleines bisschen näher rankommen. So, dann geben wir hier ein bisschen Gas. Jetzt nehme ich ein bisschen außerhalb der Reichweite. Jetzt will ich mal schauen, dass wir ein kleines bisschen näher kommen. Jetzt hängen die nicht weit weg, die anderen. Ein bisschen langsam, ja. So, das ist unser Ziel. Hm, haben wir ein bisschen was aufbekommen. Wo ist denn der hier? Mal kurz langsam machen. Wo ist denn der hier? Der ist ja wirklich am ADB. Die setze ich hier rüber. Okay, gut. Sollte passen. Wo fährt der jetzt hin? Voraus. 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 Mhm. Ja. Die fahren irgendwie. Keine Ahnung, wo die sich hin drehen gerade. So, ich mach jetzt ein kleines bisschen hier nach vorne. Ich geh hier ein bisschen runter von der Geschwindigkeit, dass der andere aufholen kann. Voraus. Äh, normal. Voraus. So. Der hier. Voraus. Normal. Was hat der hier? Glaub ich gar keine Treffer, ne? Wo sind denn die anderen? Bitte, wo fahren die denn hin? Muss man nicht verstehen, oder? Anstatt hier. Krass, wie weit die weg sind. Und wo ist der andere? Da, der kommt. Okay. Sehr schön, der kommt. W Nabht. Dach. Du bist. Dach. 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 So, gucken wir, wo der ist, der Convoy. Okay, so, den gibt der Pferd ein bisschen schneller. So, der hier, kann ich auch ein bisschen Fahrt wieder aufnehmen. Okay, jetzt sollte der wieder in Reichweite sein. So, wie sind die? Jawohl, die halten da drauf. Das ist sehr gut. Ja, so würde ich sagen. Ja. Gut. Normal. Voraus, jawohl. Die sollten genau drauf zu halten, dass sie gut aussehen. Hier ist ein kleines Kurs ein, hier. 13 rechts, jawohl. Okay. Hier hat noch gar keine Treffer bekommen. Constanze Vieira. So, gehen wir jetzt hier in die Kurve. Jetzt versuchen wir den praktisch von zwei Seiten zu bekommen. Vielleicht verwickeln wir den einfach jetzt mal in den Kurzstopp. Das wäre so eine Möglichkeit, aber die haben auch schon ein bisschen gelickt, ne? Ja, die leiden alle ein bisschen. So, ich möchte gerne, dass ich da ein bisschen mehr habe von denen. Da war noch einer, habt ihr den gesehen? Dann kommen wir langsamer hier. So, wo ist der hier? Ich habe jetzt vergessen zu lenken, ja? Jetzt schieße ich wieder auf den da rein. Ich weiß nicht, was ist das hier? Mal gucken. So, genau so. Gut. So, bitte hierhin. Wir verlangsamen die Fahrt. Der hat sich eingenebelt. Gehen wir hier einfach mal rum. Der hat... Uiuiuiui. Meine Freunde, ich gucke auf die Uhr. Wir sind schon wieder am Ende einer weiteren Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Gerne auch ein Kommentar, was ihr von meinen Künsten haltet. Ich weiß, der beste Seefahrer bin ich nicht. Aber ich versuche stets mein Bestes. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Like, gerne ein Abo. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.